Willkommen zu meiner spoilerfreien Filmkritik zu Fast & Furious Teil Nummer 9. Dieses Mal muss wieder die Welt gerettet werden und wir haben auch wieder einen handfesten Familientwist, der im Mittelpunkt steht. Mit Fast & Furious 9 haben wir eine, ich nenne es mal liebevoll Actionkomödie. Besonders gefallen haben mir besonders die inszenierte Action über weite Teile, muss ich ganz klar dazu sagen. Es ist ja immer so ein Steckenpferd der Fast & Furious Reihe gewesen, auch wenn es unrealistisch und nicht immer so realitätsnah ist. Es ist dennoch toll inszeniert und unterhaltsam umgesetzt. In diesem Film ist auch wieder die Vielfalt der Schauplätze schön im Fokus, also man sieht wirklich viele Orte, viele tolle Schauplätze. Das ist wirklich so Großbildkino, wie man es erwartet, das schreit einfach nach einer großen Produktion und das ist das, was Kino ja auch ein Stück weit ausmacht. Ein persönliches Highlight von mir im Film ist Rome, der Charakter, der in diesem Film wirklich mal die ganze Serie so ein bisschen mit Sarkasmus und Selbstironie präsentiert, indem er feststellt, hey Leute, ich habe hier eine Weste, ich habe 20 Einschusslöcher, aber ich komme da unbeschadet aus der Situation raus. Ist euch mal aufgefallen, dass das jedes Mal bei uns so ist? Egal wie bekloppt die Sachen bei uns werden, egal wie verrückt wir irgendwelche Sachen machen, wir kommen da immer ohne irgendeinen Kratzer raus und diese Selbstironie, ganz ehrlich, ganz großes Kino, mega lustig, wo man merkt, da wird sich selbst nicht so ganz ernst genommen und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, Fast & Furious 9 ist für mich wirklich in einem Komödienstatus, der da wirklich mit geschaffen wird. Denn diese Selbstironie der Serie, die macht das einfach schon wieder gut, muss man ganz klar dazu sagen. Zu den Punkten, die mir weniger gut gefallen hat, zählen aber auch im Gegensatz zu den toll inszenierten Action-Szenen, zählen ganz klar auch die Action-Szenen, denn diese sind in diesem Teil wirklich so dermaßen drüber. Ich meine, ich erinnere mich noch an Teil 6 müsste es gewesen sein oder 7, wo in Dubai so dieser Sportwagen von einem Hochhaus, von einem Wolkenkreis zum anderen gesprungen ist und das waren so die Szenen, wo man denkt so, oh, das ist ganz schön drüber, aber irgendwie war das immer noch cool inszeniert. Hier in Fast & Furious 9 hat man wieder geschafft, einen Schritt weiter zu gehen, allerdings ist man diesen Schritt so doof weitergegangen, muss man ganz klar dazu sagen, dass wirklich hier die Trashtüte erreicht wird. Und das ist einfach so der Punkt, ohne jetzt eine Szene zu nennen, ihr werdet es beim Gucken merken, es sind einfach so Szenen, die gehen halt wirklich diesen entscheidenden Meter zu weit, weil sie einfach zu dämlich und zu sehr drüber sind, was dem Film in meinen Augen auch sehr, sehr schadet. Und ohne diese knallharten Übertreibungen und mit diesem Augenzwinkern der Selbstironie hätte das in meinen Augen wirklich ein super Film werden können. Neben diesen gnadenlosen Übertreibungen, muss ich dazu sagen, hat mir die inkonsequente Filmausrichtung nicht gefallen. Ich muss dazu sagen, wir haben hier über weite Teile so einen locker, leichten, lustigen Film. Und das macht auch Spaß, diese Bereiche, die machen wirklich Spaß. Dann haben wir auf der anderen Seite aber so die Story, die durchaus, ich sag mal, die Story, die den Film voranbringt, die es eben so die Daseinsberechtigung gibt. Aber diese Story, die ist einfach viel zu ernst inszeniert, weil das beißt sich richtig. Wir haben hier wirklich, als wenn das der Film im Film ist. Und wir haben einmal diesen locker, leichten Film auf der einen Seite und diesen völlig super ernsten Story-Part auf der anderen Seite. Und der Story-Part alleine ist auch von den Szenen, das sind relativ lange Szenen auch, die wechseln sich so ein bisschen ab, so wie zwei Filme zusammengeschnitten so ein bisschen. Fühlt sich das Ganze an und ich muss auch sagen, diese ernsten Story-Abschnitte an sich funktionieren auch. Die sind auch gut und cool gemacht, aber es passt halt nicht zusammen. Und das ist ein Punkt, der mir einfach, ja, negativ aufgefallen ist. Zur technischen Seite sei gesagt, ich habe Fast and Furious 9 auf Blu-ray gesehen. Von der Bildqualität war ich jetzt ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen ernüchternd. Ich muss dazu sagen, es gibt so Rückblicke auch in die Vergangenheit der beiden, wo die beiden Toretto-Brüder einfach mal schlecht getroffen sind. Alleine schon, wenn gesagt wird, Vin Diesel und John Cena hätten ähnliche Gesichtszüge. Also, naja, da schlägt man sich schon so leicht die Hand vor den Kopf, wenn man solche Aussagen im Film dann hört. Aber gut, abseits davon ist es technisch bildmäßig, in Rückblicken ist es halt ein sehr grober Filmkorn. Es ist auch von der Auflösung sehr schlecht gemacht, ist aber als Zielmittel eingesetzt, somit mag man das verzeihen. Der Rest vom Film ist aber auch nicht so ganz auf dem höchsten Niveau. Die Bildqualität, die schwankt so ein bisschen zwischen mäßig und wirklich gut. Da kommt sie hin, aber es ist wirklich ein inkonstantes technisches Gerüst, was uns hier bildtechnisch erwartet und ist für eine Blu-ray, es ist in Ordnung, es ist solide, man kann es gucken, aber es ist schon ein bisschen ernüchternd, wenn man sieht, was mittlerweile doch der ein oder andere Film im Streaming abzuliefern bereit ist. Zur tonalen Darstellung sei gesagt, Fast and Furious ist mit einer guten Dynamik versehen. Er hat auch tolle Surround-Effekte, was mir etwas aufgefallen ist. Der Sound ist in den 80%, in denen er spielt, ist er wirklich super und gut umgesetzt. Die einen 10%, die habe ich im Hochton vermisst, da fehlt einfach ein bisschen Hochtonauflösung im letzten Detail. Und die anderen 10%, die fehlen, das ist im Tiefton. Ja, wir haben einen Tiefton, der ist auch da, der ist auch gut, der ist harmonisch. Aber so das letzte bisschen Durchzug untenrum, das habe ich jetzt bei Fast and Furious tatsächlich in diesem Teil vermisst. Als Fazit bleibt für mich festzuhalten, dass Fast and Furious mit dem neunten Teil auch wieder im 21.9-Bild-Format daherkommt, um das einmal nachzureichen. Und in diesem Film einfach so inkonsequent von seiner Ausrichtung erscheint. Das ist ja das, was ich jetzt so ein bisschen versucht habe näher zu bringen. Es ist wie zwei Filme, die man zusammengeschnitten hat. Der eine lustig lockere Teil, der andere bierernste. Beides zusammen ist halt irgendwie so ein bisschen doof und unglaubwürdig, weil es auch immer ein Bruch ist in den einzelnen Szenen. Beides für sich alleine gesehen funktioniert aber. Dadurch ist es ein bisschen unglücklich zusammengeschnitten, muss man mal dazu sagen. Womit ich das Ganze mit drei Sternen bewerte, denn wir haben hier wirklich zwei toll inszenierte Filme, die auch deutlich über dem Durchschnitt liegen, den man sonst so erwartet. Aber aufgrund der Eigenheiten, der knallharten Übertreibung, der inkonsequenten Ausrichtung, beißt sich das aber schon ein bisschen. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt und muss sagen, für Fans der Reihe, ihr könnt ihn gucken. Ich muss jetzt allerdings an dieser Stelle ganz klar dazu sagen, ich habe jetzt ein bisschen Angst, was Teil 10 betrifft. Und Teil 10 wird am Ende auch wieder so ein bisschen angeteasert, dass da noch was kommt. Und ich weiß jetzt nicht, ob man sich damit der Serie wirklich noch einen Gefallen tut. Gerade ich als Fan des Franchise Fast & Furious, ich muss sagen, ich finde alle Teile bis jetzt Teil 9, fand ich wirklich super, toll, unterhalten, übertrieben, gut dargestellt. Die haben mir alle richtig gut Spaß gemacht, so ein bisschen wie mit Transformers, man mag es oder man mag es nicht. Aber mit Teil 9 ist man wirklich so ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen. aber mit Teil 9 ist es ganz klar. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.